So, weiter geht's. Hier lang? Sieht so aus. Gucken wir mal. Nee. Ich muss... Muss ich in die Richtung? Ich sag ja, ich kann mich da noch nicht... Ja, ist ja gut. Richtig auf. Meine Fresse, nee. Ist ja gut. Aha. Auf jeden Fall sind da wieder Gegner, oder? Doch nicht. Aha. Das werden wir auf jeden Fall Richtung Hof. Nee, doch. Hier kann ich lang. Na also, mal gucken, ob das das ist, was ich mir vorstelle. Oh, was das ist, aber... Keine Ahnung. Was ist hier? Segen. Na gut. Dann haben wir einen Segen. Junge, 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 Junge. Was ist das eigentlich? Ah. Gut. Was haben wir hier? Komm. Leicht. Nein, nein, nein. Na, na, na. Gut. Gut. Was ist das? Kohle? Scherbe. Den Rest lassen wir. Ja. Gut. Moment. Komme ich hier wieder so... Nee, das ist da. Ja. Stahlhelm, Blitzabwehr. Na gut. Ah, das ist das hier. Ja. Wird mal wahrscheinlich auch hinreisen können, aber wozu? Dann macht das ja keinen Spaß. So, was haben wir denn? Hier müssen wir rein. Da gehen wir rein. Halleluja, sage ich euch. Das ist doch mal... Oh. Wow. Oh, oh. Ja, war klar. Lassen wir mal. Ja. Gehen wir mal weiter hoch. Bauernhose. Was ist hier? Schuhe. Können wir alles nicht gebrauchen. Ich muss also nach unten. Oh, da geht's noch weiter runter. Oh, da liegt jemand. Goldmünter. Jackies Messer. Zur Rede stellen. Aha. Schädel. Lassen wir erst mal... Was ist das? Hm. Vielleicht brauchen wir die aber auch. Das... Ja. Rüstung, Stahlhelm. Putze. Oh Mann. Ich brauche zwingend, zwingend irgendeine Erweiterung. Ja. Ich... Das ist... Weg. Schaden gegen Kobold und Mugan. Keine Ahnung, was das ist jetzt. Zwölf macht. Beine. Füße. Schild. Schild. Schild blitzt der Abwehr. Komm. Ja, wer weiß. Vielleicht brauchen wir die ja alle halt. Vielleicht brauchen wir die ja wirklich. Hm. Das ist ja eben das, was ich nicht weiß. Ja. Vielleicht brauchen wir die. Vielleicht auch nicht. Aha. Schon noch so, so schwert. Gut. Nee. Nee. Primitive Seidenroden. Ah. Gut. Halt. Knochen. Nein. Scheiße. Na gut. Ich kann das jetzt nicht ändern. Dann reisen wir jetzt auch dahin. Ja. Dann machen wir das nicht länger so. Zögern das hinaus. Schwupp hinreisen und dann, äh, die Quest abgeben. Vielleicht kriegen wir jetzt ein Haus oder auch nicht. Sie sagt ja, äh, 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 alle Reichtümer. Naja. Sie sagt ja, das Haus. Äh, ich weiß, äh, das heißt ja nicht, dass das, aber das war ja ihr Haus der Eltern. Das Haus der Eltern. Ja. So, wir sind wieder in Kanarok und los geht's. Jetzt müssen wir zu der hin. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Oh, da. Bist du dat? So, so. Die Retterin kommt zu Kateri. Was wollt ihr? Halt. Warum wollt ihr etwas über Kateri Jaiq wissen? Ich frage euch ja auch nicht über euch aus und ihr könnt ihr diese Gefälligkeit ruhig erwidern. Halt. Sprecht ihr alle Fremden an und fragt sie über ihr Leben und sie selbst aus? Lass mich in Frieden. Ja, so lautet mein Name. Und das ist alles, was ihr aus mir herausbekommen werdet. Okay. Eine Geschichte für Kinder. Viel mehr steckt nicht dahinter. Kurz und knapp. Mich interessiert nur, dass ich überlebe und nicht, wer Kanarok anführt. Er ist ein Mensch mit allem, was das mit sich bringt. Ein schauderlicher Ort. Wenn ich könnte, würde ich mich so weit wie möglich davon entfernen. Ihr, ihr habt was? Ich, äh, ich muss ihn dort gelassen haben, als ich vor diesem Spinnen geflohen bin. Diese verdammten Viecher waren einfach überall. Wie ich sehe, seid ihr nicht überzeugt. Also hat euch diese Tock-Göhre angeheuert, um ein bisschen herumzuschnüffeln. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis ihr herausfindet, was ich mit ihren Eltern gemacht habe. Aber ihr habt es vorher herausgefunden. Durch reines Glück. Also lasst uns eine Vereinbarung treffen, in Ordnung? Sagen wir, eine schwere Geldbörse für euer Schweigen? Ich bin nicht aus dem Krieg geflohen, nur um zehn Jahre später wieder zurückzukehren. Ich werde niemals wieder nach Melsentschir gehen und auch Karowyn konnte mich nicht dazu bringen. Was? Ihr denkt, ich hatte eine Wahl? Ihr denkt, ihr versteht, was der Krieg für unser Volk bedeutet? Da ist selbst der Netzwald verlockender. Ich hatte den Göttern für das einfache Leben auf diesem Hof gedankt und sie versuchte, es mir wieder wegzunehmen. Ach, wirklich? Die umherstreifende Heldin wird mich meiner gerechten Strafe zuführen? Das denke ich nicht. Ich habe bereits zwei Morde begangen. Und mit euch sind es dann eben drei. Du hast gerade einen Fehler gemacht. Du hast gerade einen riesen Fehler gemacht, mein Freund. Du dumme Sau. Ja, ist doch wahr, ey. Alle? Nee. Was, die nehmen den da auf und geben ihm Essen, Arbeit und alles und er tötet die? So hätte ich das jetzt verstanden. Also, no way. Nee. Auf keinen Fall. Wo ist die denn jetzt? Ist die oben? Scheint so. Nee, unten. Unten scheint die zu sein. Ja, hier liegt. Ist die dort? Jo. Ich kann nicht glauben, dass Kateri sie getötet hat. Meine Mutter und mein Vater waren seit Jahren mit ihm befreundet. Schon bevor ich geboren wurde. Wenn ich mir vorstelle, dass er das alles nur getan hat, um dem Krieg zu entgehen. Ich, ich wusste, dass meine Familie vermutlich tot ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wegen so etwas geschehen sein könnte. Habt Dank für eure Hilfe. Hier, hier ist eure Belohnung. Wie versprochen. Du hast nicht genug Platz. Ja, Beutesack, okay. Entfernt. Lebt wohl. Ah. War das doch nicht. Weil ich das gedacht habe. Nee, schade. Schatzsack. Seidenerntender Handschuh. Ah. Ist das nicht kacke? Inventar. Ja. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute. Ich muss mich erstmal, ich muss jetzt hier erstmal Platz machen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, Freunde, ich bin jetzt rausgegangen. Ich habe vergessen, da weiter zu spielen. Aber das soll unser nicht. Ich muss mich entschuldigen. Sorry, ehrlich. Andersherz, wirklich sorry. Also, jetzt werden wir die Quest machen. Äh, wo habe ich sie? Da, ein verworrenes Netz. Äh, wir sollen hier irgendjemanden töten. Ja, irgendjemanden töten. Na gut, dann werden wir das tun. Okay, ab dafür. Naja, irgendwie komme ich mir ja so langsam vor. Aha. Jetzt sind die Spinnen Sparhinden. Ja, die Spinnen. Ja, die Spinnen bestimmt. Nee, Wichte. Und Spinnen. Ja, ja, das sieht schon, aber... Hey, 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 hey. Oh. So, zack. Weg die Nuss. Ey, der fällt da runter. Das ist mein Loot. Ähm. Weiter. Im Bunde. So. Zack, die Bohne bums die Erbse. Wollen wir schon irgendwie hinkriegen, die ganze Schose hier. Was ist das denn? Weik, 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 weik. Äh, ist er. Alter, ich werfe über die Truppe. Wow. Ist da noch einer? Geh hoch. Hey, ganz schön flinkes Kerl hier in der Kamerad hier. Oh. Was ist denn da in der Ecke? Was ist denn hier in der Ecke? Wer weiß, was hier ist. Hier waren wir außerdem schon. Hier. Gut. Dann weiter so. Ja, es ist, äh, es ist ein wenig schwieriger. Ein Spiel komplett von neun, wenn man es nicht kennt, ja. Aber es macht auch Riesenlaune, wenn ich ehrlich bin, ja. Absolut. Ich bin jetzt da nicht... Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nein, nein. Hier bin ich. Du doofe Späne. So, leckfett. Alt, was hast du denn da? Nehmen wir mal mit, aber... Ja, ich habe einiges verzockt. Also weggeschmissen jetzt und... Moment. Ah, da. Moment. Wenn ich hier hinter bin, bin ich dann sicher? Ja, alles klär, Grube. Die Umarmung des Netzwaldes endet nie. Mit der Kraft der Leidenschaft umschlingt sie euch. Sanfte Stille. Ein ruhiger Moment. schlaft in dieser Wiege eines milden, geheimen Orts. Äh. Wir sind keine Gegner. Nö. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Hallo? Warte mal. Ich sehe gerade was. Komm, das können wir auch mal eben machen. Die vier weißen Kreise. Ja. Aber warum die das jetzt... Warum das jetzt... Äh... Ja. Ist... Keine Ahnung. Was habe ich denn da vergessen? Oh, Knete. Na, sauber. Ist ja elegant, ehrlich. Ist echt elegant. Ja. Ja. Runter. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit das alles ist. Es hat sehr weit alles. Kann man das sehen? Ne, das kann man eben nicht sehen. Leider. Aber da. Oh. Ne. Komm, gib Knete, Margarete. Da ist noch was. So. Oh, reichlich Spinnen hier, ey. Klein greifen die Großen an. Gut, dann sind die Abgelenkt. Ja. Sehr gut. Warum bockert das alles so? Warum ist das alles, Mann? Okay. Naja, jetzt habe ich ihn ein bisschen umgeworfen, aber... Das ist ja jetzt auch nicht tragisch, oder? Da oben? Ich muss hier hin. Ja. Ist gar nicht anders. Aha. Ja, jetzt... Boah, die scheiß Viecher, ey. Ah, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Ey, wie viel sind denn da? Ich muss mal eben was machen. Ja. Oh, ja, 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 ist ja gut. Richt euch nicht auf. Nein, 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 nein. Ah, ja, shit. Ah, ist erledigt. Weich Krabbelpulver nehmen wir natürlich mit. So, weiter geht's. Da haben wir noch was. Ah. Was haben wir denn hier? Siegel, Tydros, Beinpanzer des Krieges und 743 Kohle. Das ist ja mal ein... Lecker. Ja. Von alten Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Thirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Dureks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha, in Trunkenheit. Beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kaltgesegneten Fieriol brach Bayala Thirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Aha. Gut, oh. Verstohlenheit, plus 10% Sichtwein, argloser Körle, wenn du verstohlen bist, die du verborgen bleiben kannst, bevor du bemerkt wirst. Gämmenschleifen. Ich will mal so langsam, aber sicher Stohlenheit, Gämmenschleifen. Hm, die Blickrichtung, nee, das muss ich. Was ist das denn hier? Du kannst Fallen entschärfen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Du kannst bei der Herstellung auch so einen Komponenten haben. Vier Komponenten. Komm. Zack. Ähm. Was ist das hier? Deine gewaltige Stärke erlaubt es, das Großschwert mit Atemraum nur Auswirkung zu schwingen. Mhm. Maximales Leben. Was ist das? Und ein drohender Tod? Nee. Aber Raffinesse. Ich müsste mal hier langsamer tun. Mal absolut. Aber ich benutze ja hier nichts. Dein Könnenwitz. Langbogen. Ich mach das später. Äh, wat? Wenn du Stufen unterbrichst, werden deine vergebenen Punkte zurückgesetzt. Möchtest du das? Ja. Möchte ich. Ja, das dauert. Also, was ist denn hier überhaupt? Für, ist das, was für ein Ort? Nee. Sekunde. Wir werden, oh, ich war, ich sag, reich stolper im Moment da rein, da rein. Das ist gar nicht so rickelnd. Holnenstedt. Aber das ist ja auch nicht, das, was ich hier wollte. Das ist schon mal gut. Ja. Ich mach jetzt im Moment nur Mist, weil ich diese Dingens haben will. Ja. Gucken. Weil ich die haben will, diese Punkte da. Ja. Das ist scheiße. Aber ich lass mich da jetzt nicht außer Rand und Band bringen. Nee. Kann ich hierher? Nee. Oh, Freunde, der Südsee. ist ja nicht schlimm. Das ist ja nichts Schlechtes. Nee. Wieso kann ich die nicht sehen? Halskette des Balsams. Komm, nehmen wir alles mit. Das nimmt so gut wie keinen Platz ein. Ach. Ja. Ey, der muss doch mal hier irgendwo sein. Kann doch nicht sein, dass hier da ist auch eine Kiste, die kann ich nicht sehen. Tja. 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 Anscheinend habe ich mich hier echt verzockt. Ja. Was ist das denn? Eine kleine Spinne. Na gut, Freunde. Es tut mir leid. Bin ganz ehrlich jetzt. Wirklich, wirklich, wirklich. Hand aufs Herz. Es tut mir leid. Und wir machen jetzt da weiter. Ja. Wow. Was, was, was ist das? Alter, was ist das hier? Au. Oh. Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Also, ich glaube, ich sollte noch nie letzten Spielstand. Ja, ich glaube, ich sollte noch nicht hier sein, ne? Alter Falter. Okay, jetzt bin ich wenigstens einmal gestorben. In fast 30 Folgen einmal gestorben. Das ist zu viel. Ja, eindeutig. Oh, Mann, ey. Ist er nicht lecker? Ist er nicht lecker? Boah. Ist er nur scheiße gemacht, ey. Na ja, gut. Passiert auch. Ah. Eglendig, ekelhaft. Ja. So, das verworrene Netz. Baden-Fin. Baden-Fin. Ja, machen wir jetzt auch. Die gehen jetzt... Nein. 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 Und nochmals nein. So, wir springen jetzt hier rein. Tauchen eben danach. Na gut, komm. Funkelscherbe. Und dann geht es jetzt in diese Richtung. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Egal, was das ist. Ich habe mich jetzt genug hier aufgehalten und den ganzen Scheiß und wir werden jetzt in diese Richtung gehen, dass wir die Quest machen können. Ja, das ist ätzend. Ich hasse sowas selber, aber ich bin jetzt reingeraten und dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja, absolut. Heimat, deine Sterne. Na gut. Ja. Die Folge kann ich hier unter naja, Ulk verbuchen und da ja, knicken kann ich die, aber ganz groß knicken. Ah. Und ja, ich weiß selber nichts darauf zu sagen. Ernsthaft jetzt. Äh. Aber passiert ist passiert und oh, scheiße. Aua. Ja, ja, jetzt weiß ich auch, was die alle meinen mit Blitzabwehr und Alleluja. So. Oh, da ist noch. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, das sieht aber geil aus. Ja. Das sieht geil aus. Auf jeden Fall. Oh, wir sind da. Ich hab's geschafft. Ist ja Wahnsinn. Stand ich, glaube ich, schon mal vor, ne? Vielen Dank.